Herzlich willkommen liebe Zuschauer zum Trading Tipp des Tages. Wir blicken heute auf eine Aktie, die wir in diesem Jahr schon einmal präsentiert hatten. Es handelt sich um den IT-Dienstleister CanCom. Da hatten wir im Januar eine Empfehlung für ein Faktorzertifikat ausgesprochen. Das war hier in dem Bereich. Und wie Sie sehen, ist die Geschichte bis dato ganz gut gelaufen. Und die Geschichte könnte sich noch freundlicher fortschreiben. Wir sehen, dass wir hier an diesem Widerstand angekommen sind. Knapp oberhalb von 36 Euro. Wir waren schon mal kurz drüber. Jetzt pendeln wir da so in dem Bereich herum. Und was natürlich auffällt, ist, dass wir der 200-Tage-Linie wieder näher kommen und die vielleicht auch überwinden. Es gibt heute Unterstützung auch von einem kleineren Analysehaus mit Kursziel 43,90 Euro. Das deckt sich in etwa mit dem Kursziel, was wir beim Aktionär sehen. Wenn wir eben diese Hürde in Form der 200-Tage-Linie und in Verbindung mit diesem Widerstand überwinden, der bei etwa 38,50 Euro liegt, dann hätten wir zunächst mal Potenzial hier in dem Bereich von 41 Euro. Und dann geht es über diese Hürde hinaus. Vielleicht sogar mal wieder in dem Bereich 50. Aber das ist deutlich zu früh, darüber zu sprechen. Erstmal gilt es, die 200-Tage-Linie zu durchbrechen. Wir schauen uns deswegen nochmal dieses Faktor-Zertifikat an, das wir Ihnen im Januar empfohlen hatten. Die MF1 G78, unseres Partners Morgan Stanley. Heute bei 21, 26, damals bei etwa 14 Euro. Sprich, hier haben wir schon 50% Kursgewinn erzielt mit einem Faktor von drei. Ich sehe, wie gesagt, weitere Chancen. Bestimmt in dem Bereich 26 bis 28 Euro kann es noch weitergehen auf Sicht der nächsten sechs bis acht Wochen. Was den Stoppkurs betrifft, auch gilt für diejenigen, die auch noch investiert sind. Den würde ich im Bereich von 18 Euro platzieren. Wie gesagt, das Ziel ist so 30%. Das war es von meiner Seite. Viel Erfolg beim Traden und ich würde mich freuen, wenn wir uns morgen hier an gleicher Stelle wiedersehen. Tschüss.